Kennst du FürFortnite? FürFortnite? Mhm. Nein. Merkst du? Das sind halt so Kleinigkeiten. Das sind die kleinen Dinge, die dich zum Nerd machen. FürFortnite. Kann man auch ne Brille tragen, weil man kein Nerd... Also darf ich auch ne Brille tragen? Du darfst immer ne Brille tragen. Brille ist kein Nerd-Kriterium. Boah, Brillen-Shaming, so ein Shit. Ich weiß ganz genau, dass das nicht so gemeint war. FürFortnite! Ja, schau mal, stream kurz. Mhm. Achtung! FürFortnite! Ja. Ja, das gibt es eigentlich auch länger. Wo ist das Ganze für Fortnite? FürFortnite. 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 Ja. FürFortnite. FürFortnite. Ja, das war das, hast du es gesehen? Oh mein Gott, wie er am Ende AMK sagt. Amenakoyo. Das sag ich immer auch, weil ich meine Amenakoyo. Ich kann es ja nicht aussprechen, aber egal. Weißt du, was das aber bedeutet? Ja, bestimmt. Sag mal. Ähm... Krieg ich nen Tipp? Ne. Okay. Ist das doch nicht Toss, oder? Ist das Toss, schreiben Leute? Ne, eben. Ich fick deine Mom. Ja, nein. Nein. Ich mag deine Mutter, sag ich immer das. Ich glaube tatsächlich im übertragenen Sinne schon, aber ich glaube, die Wörter an sich bedeuten nochmal ein bisschen was anderes. Schlimmer oder weniger schlimm? Hm. Also, ich fick deine Mom. Ist auch schlimm, aber... Oh mein Gott, jetzt habe ich es so gesagt. Wow, 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 wow. Ich weiß, ich wollte es nicht sagen. Wow, beruhig dich. Heilige Scheiße. Oha! Abo! 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 Okay. Okay, 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 okay. Guck dir den Chat an. Abo, die sind alle wach geworden. Die paar sind eingeschlafen im Stream. Die haben das gerade von dir gehört. Habe ich das gerade richtig gehört? Was? Die sind gerade aufgewacht jetzt davon. Die denken, ich habe das zu dir gesagt. Boah, Alter. Darf sie ist dumm mit dir? Darf sie ist dumm mit dir? Hahaha. Die Frau ist gefährlich. Werd nicht verbal. Guck. Family Friendly Stream. Um 5 Uhr kann man dann mehr erwarten. Abo. Alter. Und neue Sticky Shorts dazu in Arbeit. Nein! Hahaha. Ja, das ganze Gespräch lang habe ich immer gesagt GIF. Und das habe ich nie ausgesprochen. Und jetzt ist es passiert. Aber da habe ich dir einmal nachgesprochen. Schau, was für einen schlechten Einfluss du auf mich hast. Also ich fick deine Mom. Ich hab ich dir eine andere Sache aufgenommen. Und da habe ich trant secke, mit der Geraden macht es tief. , was für dich dabei nicht ein CAM. Aber ich war keine Lucia.